7. September 2018 14.16 Uhr stark in der Stille, so lautet der Titel einer halbstündigen Dokumentation, die das BR-Fernsehen am 8. September um 17.15 Uhr ausstrahlt. Es geht um drei gehörlose Sportler, die sich durch ihr Handicap nicht einschränken lassen. Mehr zum Thema Sportclub Story stark in der Stille Sendung Rundschau vom 7. September 2018 16.30 Uhr.